Wir sind Johanna und Nelzen von Aufstehen. Wir greifen aktuelle gesellschaftliche und politische Themen auf, die unseren Unterstützerinnen und Unterstützern am Herzen liegen und wir setzen uns aktiv für Veränderung ein. In den letzten Tagen haben wir die Stimmen unserer Unterstützerinnen und Unterstützer gesammelt und daraus jetzt diese Botschaft hier gemacht. Wir wollen uns heute hier für mehr Respekt im Miteinander aussprechen, das heißt, dass wir offen auf Menschen zugehen und zuhören und dabei auch die Grenzen des Gegenüber und auf unsere eigenen achten und wahrnehmen. Wir wünschen uns mehr Zivilcourage, egal ob es jetzt im Netz ist, an der BIM-Haltestelle, im Supermarkt um die Ecke oder im Freundeskreis. Es ist unglaublich wichtig, dass wir den Mut haben aufzustehen und uns laut und deutlich auszusprechen gegen hasserfüllte und rassistische Inhalte und Handlungen. Auch wenn es vielleicht einfacher wäre, einfach still zu sein und wegzuschauen und dass wir uns hinter jene stellen, die gerade unsere Hilfe brauchen. Denn nur so schaffen wir eine Gesellschaft, in der Fremde zu Freunden werden, in der sich jeder und jede wohlfühlen kann und in der Hass und Rassismus keinen Platz haben.